Was geht ab, Leute? Ich bin's wieder, Merth. Ich hab gehört, so ein Typ namens Yusuf hat mich bei FIFA eingeladen. Er macht auf richtig dicke Hose. Leute, ich sag euch eins. Ich bin der FIFA-King. Ich bin nicht nur der Sniper-King, ich bin auch der FIFA-King. Und wir werden mal sehen, was wir mit Yusuf alles so anstellen. Und falls du auch denkst, dass du richtig gut im FIFA bist, ein richtig cooles Ultimate-Team hast, dann fordere mich heraus. Schreib mir auf Facebook oder schreib unten einfach dein Gamer-ID oder was auch immer das ist rein und fordere mich heraus. Zeig mir dein Team. Mein Team kannst du stücklich toppen, Mann. Und ja, der Gewinner kriegt auf jeden Fall ein schönes Hanger-Shirt übrigens. Kann man auch schön im Shop kaufen. Schleichwerbung. Und let's do this. Digga, Daumen-Training. Ich hab keine Ahnung, warum ich das gemacht hab, aber hat sich gut angefühlt. So, da sind wir jetzt bei Ultimate-Team. Ich zeig euch mal ganz kurz einfach mal mein Team. Okay? Zieht euch mein Team rein. Ich hab zwei Teams. Ich hab einmal eine italienische Liga und ich hab einmal eine spanische Liga. Das ist mal eine italienische Liga. Bam! What? Uuuuh! Da, Digga. Ballo-lo-lo-lo-lo-telli. Das war mal eine spanische Liga. Ihr könnt mich herausfordern. Ihr könnt schreiben, spanische oder italienische. Ich hab euch mit beiden weg, aber, haha. So. FC. Was? Wer? Wer? Wer will da was machen? Eine Mischung aus Real Madrid-Baselona. So. Der Angriff 83. Mittelfeld 86. Defensiv 84. Top das! Digga. Hahaha. So. Tsch. Er macht auf Gartaserei. Jetzt geht's los. Guck mal sein Team an. In Form Snyder. Okay, Drogba ist vorne gefährlich. Sanchez. Digga. Guck mal, wie er... Er hat seinen Spieler gepusht. Haha. Du Pushtiger. Er pusht seinen Torwart und sein... Digga. Digga. Pussy. Pussy-Maut-Arm. So. Und los geht's. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten. Ich tippe auf 3-1 oder so. Gewinne ich ihn. 3-1 baller ich ihn weg, Digga. Digga. Weiter, weiter, weiter. Tor. Vorsicht, Kupfball. Und der Ball erzappelt im Netz. Ich hasse seinen Jubel. Guck ihm mal an die Mistgeburt. Brichst du einen... Hohann, so ein Jubel, Digga. Wenn er seine Spieler pusht... ...komm ich nichts. ...und entschafft diesen Angriff des Gegners. Guck mal hin. Hohann, Alter. Digga, ich mach Ego. ...allein im freien Raum. ...super Flanke. Da ist doch kein Mensch. Da ist kein Mensch. Warum spielst du da einfach Pass, Digga? Eine kleine Unaufmerksamkeit. Ja. Ja. Das gibt's doch nicht, Mann. Digga, Pedro. Lauf doch, du Pedo-Aller. Ja. Digga, wenn du jetzt nicht reinmachst. Warum? 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 Ist gut, Digga. Ich schwöre, der Junge geht in anderen Spielen richtig ab, Digga. Und jetzt verkackt der nur alle. Guck mal, guck mal, wie er einfach durchkommt, Digga. Wie, 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 kann er einfach so durch? Guck. Guck mal. Kleine Missgeburt, Alter. Intensiv. Halt's Maul, Alter. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich schwöre auf alles, Digga. Das Spiel will mich einfach verarschen. Weg. Ach, du heilige Scheiße, Mann. Ja, du Trickser, Digga. Schwanz ist er. Guck mal, Benzema. Macht doch. Schieß, 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 schieß. Ich schwöre, ich weine gleich. Das Spiel, ne, Leute. Ich sage euch eins. Es gibt kein Spiel, was einen noch mehr aufregt als FIFA. Ich dachte immer, Leute, die, also die Leute, die immer ihre Controller kaputt machen, während die FIFA spielen. Ich dachte immer, Digga, was ist los bei denen? Warum schieben die? Aber ich kann wirklich mitfühlen. Ich bin so knapp davor, meinen Joystick. Lauf, lauf, lauf. Nein. Lauf. Die Maria. Die Maria. Die Marie, warum? Ich schwöre, ich nehme die Maria gleich raus, Digga. Guck mal an. Oh, na. Oh, oh, oh. Pussi. Guckt euch das an. Guckt euch mal an. You're so pussy. Und gegen solchen Typen muss ich verlieren, Leute. Und du wirst unruhig, aber ich kann es verstehen, denn was die hier bisher abliefern, das ist nix. Das ist einfach nix. Ich schwöre, dass ich gegen solchen Typen auch noch verliere, ne? Das ist ein Witz eigentlich. Lauf. Lauf. Daniel West, zeig mal deine... Ja. 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 Guck mal. Puh, Digga. Digga. Ja. Pum. Weg, 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 weg. Weg mit dem Ball, Digga. Wenn Snyder oder Drogba einmal den Ball... Digga. Guck mal, wie die einfach easy durchkommt, Mann. Warum kommen die einfach so easy durch, Digga. Ja, mach deinen Tom so n' Schuss, Digga. Was macht ihr denn da? Ah, mein Gott, ey. Warum immer ich? Ja, 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 ah, warum mach ich das, was mach ich das? Wird eh nix. Komm mal an, guck mal, guck doch, ich... Leute, komm mal, Digga, ich sag nicht, ich spiel nicht mehr. Leute, ich spiel einfach nicht mehr. Das Ding ist, egal, was ich ab jetzt noch mache, ist, wird Essens nichts mehr bringen. Mach ein Tor, Mann. Guck mal, wie behindert du bist. Kannst du nicht mal... Komm, mach ein Tor, Digga. Ja. Sehr schön, du Hornsund, das wollte ich gar nicht, Digga. Ich wollte irgendwann wegspielen. Das ist bitter und davor hat jeder Fußballer, sagen wir mal, zumindest Respekt. Ja, danke. Auf jeden Fall extrem beschissene Runde. Das ist einfach Verarschung. Mehr ist das nicht. Guck mal an, Drogba, Drogba, Melo, der, Alainso. Ich wollte nicht mehr... Na ja, Leute, auf jeden Fall, falls ihr denkt, dass ihr FIFA spielen könnt und nicht so amateurhaft seid, wie der Typ da. Und so, Digga, er hat so eine Mannschaft mich einfach zerstört. Keine Ahnung, warum. Den nervt man nicht mal hier, Mann. Und ja, schreibt mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder auf YouTube oder keine Ahnung, am besten auf YouTube. Und fordert mich einfach heraus. Aber dich, also den als nächstes, Digga, den werde ich richtig zerstören. Falls du einen Hanger-Shirt willst, dann fordert mich heraus. Bis zum nächsten Mal. Peace. Ich tippe auf 3-1 oder so, gewinne ich ihn. 3-1, ballere ich ihn weg, Digga.